Die GoPro Hero4 Session. Sie ist die kleinste Action Cam, die GoPro bisher auf den Markt gebracht hat. Der Würfel ist mit einer Kantenlänge von 4 cm und gerade einmal 70 g unschlagbar klein und leicht. Ohne Gehäuse ist sie zudem bis zu 10 m wasserdicht. Mit nur einem Fingertipp ist die GoPro eingeschaltet und startet sofort die Aufnahme. Alle weiteren Einstellungen können bequem mit dem Smartphone und der GoPro App gemacht werden. Durch die geringe Größe ist die GoPro Hero4 Session ideal dazu geeignet an einem Helm oder zwischen einem Fahrradrahmen befestigt zu werden.